Hey Leute, hier ist Azel, Member of the Pizza Squad, mit einem neuen Part von Zelda Madross Mask für euch. Und im letzten Part haben wir es geschafft, diese wundervolle Steinplatte zu drehen. Und damit sind wundervolle Sachen passiert, wie zum Beispiel, dass das Wasser hier angegangen ist. Und dadurch, dass das Wasser angegangen ist, ist Ratschen geblieben. Kann auch praktisch sein, aber ist natürlich ein bisschen doof. Deswegen schauen wir doch erstmal, was passiert, wenn ich das Ding gezielt zurück umdrehe. Jetzt hört nämlich der gelbe Strahl auf und der rote Strahl beginnt. Und das dreht sich in die andere Richtung. Uh, der Funk. Dann schauen wir doch mal, was das für uns gebracht hat. Das ist jetzt rot dreht und nicht gelb. Überraschung, überraschung, das dreht sich in die andere Richtung. Das wollen wir aber auch. Oder, wollen wir das? Ich weiß gar nicht, ob wir das wollen. Wir schauen mal, ob wir das wollen. Fuck, verkackt. Komm mal. Der nächste Versuch wird es aber. Komm her, komm her. Ah, gekreut. Hier waren wir doch schon. Moment, ich bin verwirrt. Ja, aber wir waren hier nicht. Ah, siehste. Und dann ist ja in dem anderen Raum, wo wir durchgeschwommen sind. Das war der Bosky-Raum. Das ist natürlich alles schon gut. Aber dadurch, dass wir jetzt hier die Strömung gekannt haben, können wir auch in den anderen Raum reinfließen, der uns bis zunächst noch verborgen geblieben ist. Wir müssen erstmal auf den High-Ground. Mal schauen, was da passiert. Moment, was soll ich hier machen? Gut, da ist eine Tür. Du musst wahrscheinlich hin, um den grünen zu aktivieren. Das Ding dreht sich. Weil da oben was da rauskommt. Ah, da riecht es auch was. Shit, die feinen Augen aus Beginn. Das ist natürlich nicht gut. Ich teleportiere mich mal kurz zurück zur Alamnobbine ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Quasi genau hier. Was ist das Ding da hinten? Okay, der Bosky-Handy, hallo? Gut, den Bosky müssen wir nochmal holen und die Feen. Aber Kompass und Karte haben wir. Okay. So, jetzt habe ich auch mal wieder den Mast-Schlüssel geholt. Und jetzt müsste ich nur noch den Rot aktivieren. Und dann sind wir auch schon quasi wieder da, wo wir angefangen haben. So, dann habe ich dich eben schon gefunden. Dann kann ich auch eben schon wieder rauf. Dich verschieben. Ich dachte, hier wäre das der Raum für den roten Schlauch oder die rote Röhre. Ja, komm, speedrunken wir eben die Scheiße hier. Ja, komm, speedrunken wir eben die Scheiße hier. Ja, komm, speedrunken wir eben die Scheiße hier. Alter, ich hätte fast gechokt, Alter. Das war ein unnötiges Kampf ever, weil ich nichts davon bekommen habe. Ach ne, hier oben ist der Raum. Ah, ich bin dumm. Äh, Maus, 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 Maus. Böse Maus. Gute Maus. So. Jetzt sind wir da. Wir haben eben schon drunter den Bosque geholt. Jetzt kommen wir hier nämlich zurück. Und das Wasser wieder umstellen. Jetzt sind wir genau da, wo wir angefangen haben. Nur das hat jetzt 20 Minuten gedauert. Halbe Stunde? Ich weiß es nicht. Genau, jetzt drehen sich die Aufzüge im Hintergrund wieder. Und jetzt können wir die auch wieder benutzen. Weil wenn ihr einfach stillsteht, können wir die Aufzüge nicht benutzen. Nein. Mein... Mein Finger will immer... Also mein Daumen... Ich hab so... Alter... Ich... Ich hab immer das Bedürfnis... vorher eine Rolle zu machen, bevor ich abschwimme und du halt weiterrollst, wenn du noch mehr Momente machst. Aber ich... An dieser Stelle springe ich dann immer zu weit. Rot haben wir... Jetzt brauchen wir nur noch Grün. Jetzt dreimal im Kreis... Schwimmen... Da unten rein. Und nochmal im Kreis schwimmen, weil ich es geschafft habe. Und rein! Danke. Das heißt, wir können wir... Getrost... Einfach weiterschwimmen. Ohne dass irgendwas passiert. Einfach. Einfach. Einfach schwimmen. Einfach mit dem... Mit seinem Geist treiben. Und sich verbinden. Oh fuck, der Glitch hat aufgehört. Oh oh... Fuck, 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 fuck. Scheiße. Ja, den können wir später nochmal holen. Okay, jetzt müssen wir halt den richtigen Moment abpassen, der genau jetzt ist. Und deswegen springe ich jetzt rüber. Moment, Moment, Moment. Nein, nein. Aber ich hasse... Beim besten Willen habe ich diese... Zielsteuerung... ... oben, unten, invertiert und dann... Immer dieses ganz leichte... Was haben wir da? Ah, eine fehlt. Gut. Dann gleicht sich das ja wieder aus. Wir haben eh meine fehlt vergessen. Jetzt haben wir eine... Wieder dazu bekommen. Das gleicht sich im Endeffekt ja aus. Also von daher ist das nicht schlimm. Jetzt haben wir natürlich das... Cycle verpasst. Oder? Nein, nein. Wir haben ihn nicht verpasst. Jump! Ah, gut. Und jetzt kannst du aber hoch. Was soll das so schnell da sein? Was ist da oben eigentlich drin? Das weiß niemand, ne? Kann ich? Diesen Wasserfall einfrieren. Das wird sehr vieles sehr viel einfacher machen. Tatsache, ich kann das Ding einfrieren. Ich habe schon gesagt, warum time ich es überhaupt, wenn das eh noch 30 Sekunden nachrollt. Dauer ein bisschen Truhe. So, da fehlt jetzt wieder zurück zu springen. Egal. Äh, komm ich... Ja, so komm ich da hoch. Und dann... Hä? Nein! Okay. Ich muss... Ich muss da irgendwie hoch. Also gut, ich muss nicht da hoch, aber es wäre schon schön, wenn ich da hoch komme. Ohhohohoho. Der ist schon zwischen den beiden Zähnen durch... Alter. Nee, das kriegs nicht nochmal hin. Das wird ein Gesicht Ich kann Jetzt kann ich So einfach Was ich dem Entwickler zutrauen könnte ist Danke Dass es hier jetzt einfach Noch eine Kiste gibt Rechts abbiegen Und dann rüberspringen Okay, gut Wir sind jetzt Achso doch, das ist der mit den Wippen Das ist der mit den Wippen So Hier unten ist nichts Erstmal kurz rum gucken Ich muss Da oben ist wahrscheinlich ein Schalter drauf Das ist diese Fließrichtung Ah Ich muss Dort oben in den Gang Ich kann Meine Maske ausziehen Und dann Mit sehr viel akkuratem Sehr guten akkuraten Schuss Ich probiere es mal Ich habe ihn getroffen Ich bin so gut So können wir jetzt Genau Einfach so machen Und was wir daraus erschließen können Um Eine Wippe Anzuheben Beziehungsweise Auf Gleichgewicht zu stellen Musst du ja Mehr Kraft Beziehungsweise mehr Gewicht haben Auf der anderen Seite Auf der anderen Seite Als auf der anderen Seite Das bedeutet Wir können Wir können Physikalisch und mathematisch Bezeugen Dass dieser Wasserstrahl Mehr Gewicht hat Als Link Jetzt genau Den können wir noch Nass machen Genau Der kann die Wippen Nass machen Und wir Wir gehen hier hoch Kommen wir hier hin Dann können wir Das hier oben Heiß machen Diesmal Ich mache mal ganz sneaky Jetzt haben wir nämlich Das schon mal Vorverlegt Keine Ahnung Wie du das nennen willst Auf jeden Fall haben wir Das schon Voraktiviert Damit wir Wenn die Wuhu Alter Das war Geplant Natürlich Ich bin zu früh runtergesprungen Ich will Die Kiste haben Ich kann die Truhe Und kann die anziehen Komme ich vielleicht Hier hoch Soll ich da echt Rüberspringen Komme ich da Anders hin Ah er kommt da hoch Meine ich ja Und einfach rüberschießen Und da haben wir es doch schon War doch gar nicht so schwer Was beschwert ihr euch alle Egal Machen wir weiter Jetzt sind wir hier Aber Grün fließt nicht Ich bin gerade verwirrt Moment Der Schalter ist umgedreht Da oben Den habe ich eben geschoben Das bedeutet Der eigentliche Hebel Muss ja dann Ego hier sein Weil auf dem Weg War er da ja nicht Und die Ruhe Was zum Fick War das gerade Und die Ruhe Führen ja hier lang In den einzelnen Raum Von grün Muss ich jetzt bitte rein Und bin Obwohl ich gerade mal Fünf Feen Eingesammelt habe Okay Sechs Dann muss ich da wohl Persönlich hin Jetzt springen Aber hier unten Ah da unten ist er im Gang Mit der Sipfe So scheiße bin ich dann auch Wir noch nicht Ist das dein scheiß ernst Ich kriege ja den Kollaps Über diese Fee Ganz ehrlich In der Mitte Sollte mich auf eine Sache Und nicht auf drei Gleichzeitig Jetzt Esel Nicht schocken Dankeschön Wie ist das gerade Dein scheiß ernst Grünkampf Aus der Richtung Das heißt Ich kann das Ding Nicht wieder umstellen Sonst habe ich eigentlich Warte Habe ich jeden Raum besucht Mit den vor mir noch nicht Aber sonst eigentlich alle Da fehlt mir eine Truhe B1 B1 ist aber generell Nur in eine Richtung Wann beginnt B1 Und wann B2 Und wann ist Erdgeschoss Das Gute ist Wenn ich das umdrehe Dann komme ich zu dem Zwischen Also zu der Kröte Wo auch der Bosskies Und da ist ja auch Ein Eine Fee Genau So jetzt Jetzt kommt mein Archnemesis Mein Erzfeind Auf jeden Fall Dieses Einfache Rätsel Okay Jungs Erster Versuch First Strike Kriegen wir das hin Kriege ich das hin Schreibt es in die Kommentare Ihr habt drei Sekunden Zeit Okay let's go Boom baby let's go Und das war eine Fee Also Was wollt ihr mehr Und zwar Musst Du dich jetzt drehen Yep that's me You're probably wondering how I got myself into this situation Well it all started two days ago When my mom woke me up for school Das ist meine letzte Truhe glaube ich sogar Die ich noch irgendwie finden muss Ja meine vorletzte Ich glaube es ist einfach Bring alle um Und dann gewinnst du Ah doch war es Hab ich nur noch gedacht Eine ist noch hier unten Das weiß ich aber Ich weiß nicht wie ich die kriege Kann ich die so kriege Ja kann ich Nope 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 Ich bin grad vollkommen verwirrt Aber das glaube ich ist das Das Ding hier einfrieren Oder Moment Der kommt von hier Der grüne Aha Hier ist quasi die Quelle Okay Äh Schalter umgelegt Und könnten jetzt theoretisch zum Boss Aber das wollen wir natürlich nicht Wir suchen natürlich jetzt auch alle Feen Darum ist die Truhe Und da will ich hin Da ist vielleicht eine Fee drin Wir wissen es nicht Aber es kann natürlich sehr wahrscheinlich sein Da hinten ist ein Anziehteil Und da aber Links ist keins Doch das auch eins Aber leicht versetzt Vielleicht sollte ich das mal nutzen Und Hier ranziehen Und das war's Kein Rätsel Einfach nur Schauen Und Sehen Am besten Und das war eine Fee So Jetzt habe ich nämlich Grün eingeschaltet Jetzt muss ich aber noch Den Grün Roten Raum Das war auch smooth Hier ist noch eine Fee Alter Willst du mich verarschen gerade Obwohl die könnten mir hilfreich sein Moment Halt mich fest Halt mich fest Halt mich fest Bitte Aber Das könnte echt funktionieren Moment Ich habe sie doch Yes Es hat funktioniert Geil Ich schätze Dass eine wirklich noch Hier in diesem mittleren Ding ist Warum ist es mir eigentlich auch so schwer Ich kann einfach drei Eventuell Wenn ich Glück habe Das Ding zerschmettern Ich kriege es nicht hin Danke Und es ist eine Fee Oh mein Gott Ich brauche noch drei Fee Wo sind die Die musst du geben Ich habe gerade nachgeschaut Und zwar Fehlt mir eine Die habe ich Sogar Davor schon mal gefunden Aber vergessen Wieder einzusammeln Und zwar ist das die Ganz am Anfang Bei der Spinne Beim Barakaktur Habe ich ihn glaube ich genannt Da ist aber noch Bei der Karte Einer Das ist keine Fee Das ist eine Lüge Wenn hier keine Fee ist Wo ist die Wo ist die Meine letzte Das kann jetzt ein bisschen dauern Ich 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 finde diesen Dungeon Irgendwie Also Ich finde diesen Dungeon Mit am Verwirrendsten Muss ich sagen Das kommt auch Ein bisschen wegen der Steuerung Und allem Aber Kann ich alles auf die Steuerung schieben Ich bin ein sehr bloßes Licht Teilweise Und erst noch bei den Wippen Ah tatsächlich ist sie Ist noch eine Fee Gut dann hat sich das erledigt Meine Frage Yep That's me You're probably wondering How I got myself into this situation Well it all started two days ago When my mom woke me up for school Das ist nicht dein scheiß ernst Vielleicht 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 Ja Guck mal Jetzt hat mir direkt Schmerzensgeld Das ist doch super So Bist du noch eine Fee Und dann auch zur letzten So Jetzt Und das war die letzte Fee So Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache Bringe ich jetzt erstmal die Äh Feen zurück Damit Ich jetzt nicht Weil ich merke Ich gehe gerade dann bestimmt Irgendwie Game over Und dann kann ich Ganz Nochmal Das Ganze nochmal einsammeln Und da Da ich darauf echt Wenig Lust habe Verständlich Äh Ziehe ich mich wieder an diese nette Schildkröte ran Die mich jetzt auch schon 50 Minuten hergefahren hat Ich weiß nicht wieso Du die immer noch Bock darauf hast Wäre auch komisch wenn nicht Ach Ich lasse Ja du hast doch die Welt Du bist doch retter der Welt Aber ich komme Ich Ich habe gerade keine Lust Ich habe gerade andere Termine Ich schwimme mal kurz zurück Ne Weiß Bescheid Ich schwimme kurz zurück Komm so ein 10 Minuten wieder Willst du auch noch was von McDonalds haben Kein Thema bringe ich dir mit Und dann stirbst du Und dann findet niemand eine Leiche Und dann kann sich begraben werden Und Ja Äh Wo war ich stehen geblieben? Richtig Äh Fee Die Fee ist hier hinten Ach die haben eben Der hat uns eben schon Gute Dienste geleistet Warum nicht nochmal? Komm her So Und da sind wir dann auch schon Bei der Feenquelle Ich sehe so scheiße aus Mit dieser Maske Da sind wir Diesmal pinkenhaar Oh mutiger Junge Ich bin die große Vieh des Mutes Ist nicht Weisheit Sollte nicht Ibi Weisheit schenken Dein Rüstungsschutz wurde verstärkt Ab sofort können dir deine Gegner Nur halb so viel Schaden Wie bisher zu verfügen Suche mich wieder Wenn die Strapazen Deine Reise Zu schwer auf den Schultern lasten Tschüss So und ich glaube ich Hier ist auch der perfekte Zeitpunkt Standpunkt Zeitpunkt Um in die Folge zu wenden Ich bedanke mich wie immer Fürs Zusehen Ich hoffe es hat euch Sehr viel Spaß Um auf dieses Video zu gucken Und man sieht sich Beim nächsten Mal Ciao Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein